Der Disney Channel Weihnachtsspaß. Ich freu mich so auf das, was wir jetzt machen. Hast du alles, dein Lebkuchenmann, deine Farben? Ja, ich hab alles und bin bereit. Okay, wir müssen den Lebkuchenmann so schön wie möglich gestalten. Und los! Das war der Startschuss für unsere Lebkuchen-Künstlerinnen. Leni und Lili klatschen die Lebensmittelfarbe auf die wehrlosen Lebkuchen-Männchen. Hier wird gekleckert und nicht geklotzt. Schaut euch diese interessanten Kontraste an. Was für ein Farbenspiel! Ich muss gestehen, dieser Wettbewerb macht mich hungrig. Meine Damen und Herren, und die Zeit ist um! Stopp! Schon? Bitte zeig mir deinen Lebkuchenmann. Kannst du dein Meisterwerk beschreiben? Also, das hier sind die Augen. Die leuchten schon, weil sie sich auf Weihnachten freuen. Das hier, naja, ich hab ihm einen coolen Pulli gemacht, so wie ich einen hab. Und das hier sind die Handschuhe, damit er nicht friert. Und eine steilische Hose. Wunderschön, wunderschön. Okay, mein Lebkuchenmann hat eine bunte Hose, einen blauen Sternpullover, ein grünes Gesicht und eine Weihnachtsmütze. Wow, cool! Okay, bereit? Okay, drei, zwei, eins, los! Okay, los! Next! Jetzt geht's! Vielen Dank.